Hi, da ich ja jetzt mit Sicherheit hier im Video bin, habe ich überlegt, ich könnte hier mal eine Videoantwort machen. Und ja, was würde mir spontan einfallen, so Thema? Naja, okay, weiß ja nicht, ob ihr schon mal was über Energydrinks gesagt habt. Ich finde ja diesen hier ziemlich geil. Und ansonsten, was findet ihr so geil? Also, was denn so eure Lieblings-Energydrinks würde mich da interessieren? Also, der ist auf jeden Fall sehr lecker. Falls ihr noch nicht gekocht habt, auf jeden Fall mal ausprobieren. Ciao!